Servus Leute, Embers hier. Heute mit dabei ist der gute Yash. Moin moin. Ich gehe auch mal direkt auf dein Bild drauf. Wie man sieht, du hast 120 angespart. Fleißig, fleißig. Mhm, die habe ich nicht mehr geöffnet, für diesen Moment. Genau, dann drücke ich dir die Daumen. Einerseits vielleicht so schnell wie beim letzten Mal, dass du vielleicht in den ersten 30 direkt die Arafa bekommst. Ja, das wäre gut, dann kann ich noch ein bisschen was safen, aber mal schauen. Alles klar, dann hau rein. Soll ich 10er-Puls machen? Macht Sinn, hau? Naja, sind vor du 120. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, die Animation. Die spoilert natürlich nicht. Boah. Okay. Okay, kann man nehmen. Aber gut. Lords-technisch bin ich eh nicht gut aufgestellt. Vielleicht kriege ich hier auch die Lunaria. Aracha im Ersten. Nein. Sau stark. Man muss dazu sagen, Leute, wir haben eben oder vorher noch mal kurz mit Malakor dem Gildenleiter aufgemacht und er hat auch im Ersten mal 10 Aracha bekommen. Ey, geht's jetzt. Läuft. Ja. Also fertig. Ja gut, dann eine kurze Sache. Dann würde ich sagen, mache ich einmal dich hier raus und mache ich dann eine Runde weiter. Ja, schmeiß mich raus. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, dass es bei mir genauso schnell geht. Also Leute. Achso, ich muss noch mein Bildschirm noch teilen, gell? Das wäre auch gut, ja. Ja. Ja, ich sehe ihn. Perfekt. Okay, so, Bildschirm ist da, dann los geht's. Also, ey, direkt im First Ten Pull. Komm, mach's mir nach. Ah, du hast Lunaria bekommen. Ja gut, die hab ich ja schon. Ich weiß nicht, auch ein Nachteil, du hast nur 115, keine 120. Na ja, klar, daran liegt's. Na, Aracha. Ich will auch, also Aracha würde ich auf jeden Fall trotzdem gerne haben, weil einfach der Lord Bonus um ein Vielfaches stärker ist. Ey, da gehen die ganzen Steine weg. Und beim nächsten Mal. Genau so lange wie ich gesaved, ne? Ja, ewig. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal aufgemacht hab. Na, Mann. Das Problem, so eine Lunaria, die hab ich schon einfach durch die Steine einfach schon gemacht. Das bringt halt gar nichts. Boah, ich dachte... Das ist auch eine Sauerei, dass man so Nauras und wie die alle heißen, dass man die da kriegen kann, ne? Ja, ja, das ist schon bitter. Das sind schon alle Max, die ich da ziehe. Du brauchst doch keine epischen mehr, ne? Mhm. Ja! Da ist er. Ja! Jawoll. Sehr nice. Geht eigentlich auch noch, wenn du überlegst. Das ist ja eigentlich von der Rate, ne? Wie die nur plauen. Was hast du jetzt aufgemacht? 60 oder 70? Ich weiß nicht. Vorher müsste es ins Pitti gehen. Weiß nicht, aber auf jeden Fall... Vielleicht kommt noch einer. So viel Glück hab ich nicht. Auf jeden Fall, es war's wert. Also, Aracha nehm ich sehr, sehr gerne mit. Einfach... Ja, auch schon allein für die Arena. Ich muss gucken, ob ich jetzt noch im Gildenboss da noch irgendwie was rumdengele. Aber sehr, sehr nice. Stark. Ja, die Lords laufen bei dir, ne? Ich glaub, du hast schon einige mittlerweile. Ja, Lords... Das ist mein zweiter erst. Lords liefen in der Regel immer viel besser als sowas wie Mauds oder irgendwas. Oder Sillitude, die ich ja auch ewig haben wollte. Oder eine Vienna oder sowas. Also, das war immer... Immer Katastrophe. Aber gut. Wieder ein Schritt weiter. Jetzt ist es. Ja, Leute. Das war heute eher wieder ein kurzes Video. Ich glaube, das war ein Minuten, der irgendwie saß. Aber, ja. Drückt euch die Daumen, dass es für euch auch so gut läuft. Beziehungsweise gut lief, wenn ihr das im Nachhinein schaut. Und bin doch mal gespannt zu lesen, was ihr da gezogen habt. Ansonsten, Jasch, vielen Dank für die Aufnahme. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.